Ist das Kochen mit eurer Teflonpfanne gefährlich? Die Beschichtung der Pfanne, das Teflon oder auch PTFE ist eine Chemikalie, die zur Gruppe der sogenannten PFAS gehört. Das Problem, PFAS vergiften uns und die Umwelt. Über den Herstellungsprozess gelangen sie in die Luft, in die Böden und ins Wasser. In Deutschland hat jedes Kind Studien zufolge bereits PFAS im Blut. Die gute Nachricht, von eurer Pfanne geht laut BFR vermutlich keine Gefahr aus. Problematisch sind die Herstellung und die Entsorgung. Bald aber könnten PFAS verboten werden. Ein entsprechender Antrag läuft bereits. Alternativen, auf die ihr heute schon zurückgreifen könnt, Emaille, Edelstahl und gusseiserne Pfannen. Da diese ohne Beschichtungen auskommen, kocht es sich mit ihnen anders als mit einer Teflonpfanne. Aber wenn sie heiß genug sind, bleibt doch an ihnen nichts kleben. Bei Keramikpfannen müsst ihr aufpassen. In ihnen steckt auch oft PTFE. Da könnt ihr aber auf die Bezeichnung PTFE frei achten. Und hinter den Markennamen Stratanium und Granitium verbirgt sich auch PTFE. Mit welcher Pfanne bratet ihr? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare.